Hallo, wir sind Patrick und Jan. Und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 135, die AfD. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In dieser Folge soll es heute mal wieder um Politik gehen. In dieser Episode möchte ich über eine große deutsche Partei sprechen. Ich werde über die AfD sprechen. Die Abkürzung AfD steht für Alternative für Deutschland. Die AfD ist eine rechtspopulistische bzw. rechtsextreme Partei in Deutschland. Und in letzter Zeit bekommt diese Partei immer mehr Stimmen und wird auch immer beliebter. In dieser Episode möchte ich euch mehr über die Partei erzählen. Ich werde über die Geschichte sprechen. Ich werde euch etwas über die Positionen der Partei sagen. Und zum Schluss werde ich euch noch sagen, was ich über die Partei denke und wie ich die politische Situation in Deutschland im Moment sehe. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Was ist die AfD? Was ist die Alternative für Deutschland? Die Alternative für Deutschland ist eine rechtspopulistische und rechtsextreme politische Partei in Deutschland. Die Partei hat zwei Parteivorsitzende, also zwei Chefs. Das sind Tino Czopala und Alice Weidel. Die Partei hat im Moment 80 Sitze im Deutschen Bundestag, also unserem nationalen Parlament. Und sie ist auch in vielen Landtagen vertreten, also den Parlamenten der Bundesländer. Dort hat sie 227 Mandate. Im Moment sind ungefähr 34.000 Menschen Mitglied der AfD. Davon sind 17 Prozent Frauen. Die AfD ist eine relativ junge Partei. Die AfD gibt es noch gar nicht so lange. Sie wurde im Jahr 2013 gegründet. Damals, als die Partei gegründet wurde, war sie aber noch ziemlich anders. Sie hatte noch einen anderen Schwerpunkt. Sie hatte noch ein anderes Programm. Als die AfD 2013 gegründet wurde, war sie EU-skeptisch. Sie war rechtsliberal. Sie hat den Euro kritisch gesehen. Damals war Bernd Lucke der Parteivorsitzender. Bernd Lucke hat seit langem die Partei verlassen, weil sich die Partei relativ schnell in eine andere Richtung entwickelt hat, nämlich in Richtung rechts. Während der erste Vorsitzende, Bernd Lucke, einfach rechtsliberal und EU-skeptisch war, waren seine Nachfolger als Parteivorsitzende, Frauke Petry und Jörg Meuthen, deutlich weiter rechts. Aber die Partei entwickelte sich noch weiter nach rechts. Mittlerweile sind auch Frauke Petry und Jörg Meuthen aus der Partei ausgetreten. Schon im Jahr 2013, als die Partei gegründet wurde, ist sie zur Bundestagswahl angetreten. Sie hat bei der Bundestagswahl kandidiert. Damals hat sie 4,7 Prozent der Stimmen bekommen. Das hat knapp nicht gereicht, um ins Parlament zu kommen. In Deutschland muss man mindestens 5 Prozent der Stimmen bekommen, um Sitze im Deutschen Bundestag zu erhalten. Seit der Bundestagswahl 2017 ist sie allerdings im Deutschen Bundestag vertreten. 2017 hat sie 12,6 Prozent bekommen. Und auch bei der Wahl im Jahr 2021 hat die Partei viele Stimmen bekommen und Sitze im Nationalen Parlament. Was für politische Standpunkte hat denn die AfD? Was sind die Inhalte der sogenannten Alternative für Deutschland? Die Partei ist gegen die Europäische Union als politisches Bündnis. Sie möchte wieder einen Schritt zurückgehen und möchte, dass die EU keine politische Gemeinschaft ist, sondern nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, so wie früher. Sie ist auch gegen den Euro. Den Euro sieht man als Experiment und dieses Experiment sei gescheitert und man sollte das Experiment beenden. Die AfD ist gegen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Sie sagt, dass es Sanktionen gegen Verantwortliche und Unterstützer des russischen Krieges gegen die Ukraine geben sollte, aber generelle Wirtschaftssanktionen gegen Russland soll es nach Meinung der Alternative für Deutschland nicht geben. Die AfD hat auch in der Verteidigungspolitik eine interessante Forderung und zwar möchte sie die Wehrpflicht wieder einführen. Was ist die Wehrpflicht? Früher musste man, wenn man 18 Jahre alt wurde, Wehrpflicht leisten. Das heißt, man musste für eine bestimmte Zeit zur Bundeswehr gehen, also zur deutschen Armee. Nee, alternativ konnte man auch Zivildienst machen, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim. Seit vielen, vielen Jahren gibt es aber diese Wehrpflicht und auch den Zivildienst nicht mehr. Schauen wir uns die Umwelt- und Klimapolitik der AfD an. Die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel. Die AfD sagt, dass es keine globale Erderwärmung gibt, die durch den Menschen gemacht ist. Die Partei stellt sich gegen erneuerbare Energien und sie möchte, dass die deutschen Kernkraftwerke wieder laufen. So, Kernkraftwerke sind Kraftwerke, die Atomenergie produzieren. Heutzutage hat Deutschland keine Atomenergie mehr, alle Kernkraftwerke wurden abgeschaltet. Und weil die AfD auch nicht sieht, dass es einen Klimawandel gibt, lehnt sie auch den Kohleausstieg ab. Das heißt, die AfD möchte, dass man weiter Energie mit Kohle produziert. Wie sieht es bei der Familien- und Geschlechterpolitik aus? Ja, in der Geschlechterpolitik hat die Partei konservative oder antifeministische Positionen. Die Vorstellungen der AfD sind oft christlich-fundamentalistisch. Die AfD ist für eine traditionelle Familie aus Mann und Frau. Sie ist gegen Frauenquoten. Sie ist außerdem gegen Sexualaufklärung in der Schule und gegen die Aufklärung über sexuelle Vielfalt. Die AfD möchte also nicht, dass man zum Beispiel über Homosexualität oder über das Thema Transgender in deutschen Schulen spricht. Interessanterweise ist die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, selbst lesbisch und mit einer Frau verheiratet. Dabei ist die Partei alles andere als LGBT-freundlich. Bei der Migrations- und Asylpolitik steht die AfD ganz klar rechts. Die AfD sagt, dass Deutschland und Europa durch Migration und Flüchtlinge bedroht sind. Die AfD möchte das Asylrecht ändern und sagt, dass die Sicherheit des Staates wichtiger sei. Die AfD hat auch klare Positionen gegen den Islam. Die Partei sagt ganz klar, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Partei möchte Minarette verbieten, also die Türme von Moscheen. Und muslimische Kopfbedeckung sieht die Partei auch sehr, sehr kritisch. Als die AfD gegründet wurde, war sie noch nicht rechtsextrem. Sie war noch nicht so extrem auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Das ist heute anders. Ein großer Teil der Partei ist klar rechtsextrem. Die gesamte Partei ist für den deutschen Verfassungsschutz ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Der Verfassungsschutz ist eine Behörde in Deutschland, die die Verfassung und die Demokratie in Deutschland schützen soll. Der Verfassungsschutz sagt, dass man klare Hinweise hat, dass die gesamte Partei rechtsextrem ist. Deswegen wird die Partei auch vom Verfassungsschutz beobachtet. In seinem letzten Jahresbericht schreibt der Verfassungsschutz, dass ungefähr 10.200 Mitglieder der AfD extremistisch sind. Das sind ungefähr ein Drittel der Mitglieder. Es gibt innerhalb der AfD eine Gruppe rund um Björn Höcke. Björn Höcke ist Landesvorsitzender der AfD in Thüringen. Er ist der Chef der AfD in diesem Bundesland und Björn Höcke ist dafür bekannt, dass er rechtsextrem ist. Das ist auch bewiesen. Er äußerte sich mehrfach demokratiefeindlich. Und erschreckenderweise hat Björn Höcke innerhalb der Partei viele Anhänger und viele Mitglieder und Anhänger der AfD trauen und folgen ihm. Die AfD ist derzeit auf einem politischen Hoch. Was heißt das? Die AfD ist im Moment sehr beliebt und wird von vielen Menschen gewählt. Bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat die Partei sehr gute Ergebnisse bekommen. In Ostdeutschland ist die Partei besonders beliebt. Sie wird dort teilweise beiweilen die stärkste Kraft oder die zweitstärkste Kraft. Aber warum wählen so viele Menschen diese Partei, obwohl ein großer Teil sogar rechtsextrem ist und die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und die von der Politikwissenschaft seit vielen Jahren untersucht und erforscht wird. In der Politikwissenschaft sagt man heutzutage, dass ein Teil der Stimmen von Menschen kommen, die die Partei aus Protest wählen. Die Menschen sind mit der Politik, der Regierung, der anderen Partei nicht zufrieden und wählen deshalb die AfD. Aber nicht alle Stimmen der AfD sind Proteststimmen. Viele Menschen wählen die Partei auch nicht, obwohl die Partei so sehr recht steht, sondern weil die Partei so sehr recht steht. Das heißt, viele Menschen in Deutschland teilen die Ansichten der AfD. Viele Menschen in Deutschland sind selbst so rechts. Und das ist der schwierigste Punkt, denke ich. Das ist der Punkt, der mir wirklich Kopfschmerzen macht. Der Punkt, der mir wirklich Sorgen bereitet. Deutschland hat eine ganz klare Geschichte, was Rechtsextremismus angeht. Aber trotzdem ist es anscheinend heutzutage möglich, dass eine deutlich rechte Partei in Deutschland wieder so viel Zustimmung und Stimmen bei Wahlen bekommt. Ich denke, dass alle Menschen, die für Demokratie stehen, für Vielfalt, für ein gerechtes Miteinander aktiv werden müssen. Man muss klar sagen, was man von diesen rechten Positionen, von diesem Rechtsextremismus hält. Man sollte nicht zu Hause sitzen und denken, dass es eine gefährliche Entwicklung in der deutschen Politik gibt, sondern man sollte aktiv werden. Man muss demonstrieren, man muss diskutieren, man muss debattieren, man muss versuchen, Dinge zu ändern. Wenn jeder liberale Demokrat nur ein bisschen machen würde, dann würde das sicherlich schon sehr viel helfen. Also, das war's zur AfD. Ein sehr, sehr großes Thema, aber ich hoffe, dass ich euch eine Einführung geben konnte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also, vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.